so dass wir zurück ja ich konnte das spiel einfach mal gestartet da kam einfach so ein dings rein gefördert kannst die karte jederzeit öffnen im spiel automatisch verschieben indem du schnell schnell die maschine in einem platz freude wir sind wieder drin ok was geht die aus geht hier ab das ist alles schrecklich wenn die vor allem wie so muss ich das machen könnte ich jetzt nicht selber alter die scheiße warum muss ich das alles machen sobald ich die möglichkeit habe nur noch geld mit meinen automaten zu verdienen dann mache ich gar nichts mehr was soll das bin ich mit battler oder sowas warum ist das schon alles fertig ich habe gerade erst wieder angefangen gestern gestern habe ich glaube aufgenommen diese liegt hier alles rum bruder vor stell dir vor du musst auf deine wäsche einfach acht jahre wochen er da machst du dann fertig du dir weil sie mich verarschen damit ich wasche so viel wasche 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 nicht wie vor allem kommt der ganze dreck her vor uns alles gar nicht da, weil ich aufgeregert habe, war das alles gar nicht da. Wo kommt das Zeug her? Alter. Jetzt dreht mir das Ohr. Alter, alles voll hier. Hey, was? Die steht hier in der Stinkesucke rum. Können die das nicht alleine machen? Hier, Alter. Nehmt doch euren Müll mit, ihr Spastis. Ja, alles voll. Hier liegt noch mehr Socken. Wer will, eben? Alter. Hier steht schon der Bildeimer. Seid ihr nicht ganz glatt? Was soll denn das? Ja, klar. Hier liegt auch alles voll, ey. Alter, ist schon wieder ne Beutel voll. Ein zweihundert Dollar. Du heißt dort neben? Da. Einfach 50. Stell dir vor, du kriegst für das Kaugummi abmachen 50 Dollar. Oder 50 Euro. Digga, da würde ich noch rumrennen und Kaugummis abmachen. Kann ich den Bruch plus C? Achso, das sind doch die alten Flächen, ne? Hm. Alter, du hast ja nichts zu tun den ganzen Tag, außer die ganze Zeit zu gewäschten. Das macht sie was. Die stellen hier alle rum. Ups. Ich hoffe wir können da niemanden einstellen. Hättest du, dass es immer dieselbe Wäsche ist? Ah, da haben die selbe Wäsche. Alter, noch mehr. Alter, das sieht das bei euch daheim auch so aus, ihr Spinner. Ich frage mich, ob man die dann auch aneuern kann später. Wow. 4 Dollar. Mod Eating Man behöver alles. Ich binhmig. 5 Termine. 5 Termine. 4 Termine. 5 Termine. 5 Termine. ich freue mich wohl der ganze scheiß ständig herkommt immer schön kontrollieren nach taugnis weil dieses dämliche gesocks hier das zeug überall geran schmiert das sieht gut aus so wir können uns noch nicht holen gut machen wir erstmal noch die wäsche hier fertig so 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 wir kontrollieren mal die so 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 auch noch eine minute so dann können wir mal die kohle eins so 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 Die läuft auch nur innen halt. Gut. 502. Wenn wir uns dann direkt noch in alle Morden Lagerraum Um einen Automaten zu verschieben wähle einfach den aus den du verschieben möchtest Okay cool, den kann ich nicht verschieben Einige einzelne Automaten können nicht bewegt werden Ganz weniger bleiben Automaten neben dem sehr fleißen Lichten platziert, kann ihnen das einen Schub verdrehen So rein damit Der Rechner Der ist gleich fertig So gleich fertig Der ist als nächstes fertig Das ist nicht daran, dass ich heute Unterwäsche waschen muss Ach ja Da mit Freunde rein damit So das geht nur eine Stunde Was neu ist hier? Nein Sauber so alles Hier kann man eigentlich gucken welcher Automaten blieb ist Hallo Ashley This is your father calling Ja das mit in Ruhe Ja das 26 Dollar haben wir noch Wahnsinn Ich bin auf dem Ich bin auf dem Und ich bin auf dem Ich bin auf dem Ich bin auf dem Ja das geht nur noch zu Ich bin auf dem es drei sterne baby ein sturm oder ein 30 du stehst du schon die ganze zeit davor das ding ist leer 19 sekunden die branche nebenan So, hier ist auch alles fertig So, ein paar Sekunden, hier haben wir noch Zeit Erkunden wir mal hier Im Ernst, da geht es echt nicht. Wahnsinn. Unser Leben spielt halt auf der Strasse hier Das war's Das ist ja ein trauriges Leben, ah Der hat noch 13 Sekunden, dann noch eine Wenigstens müssen wir das nächste zusammenlegen Und für Sekunden Erkundenel So Sieht sauber aus Wie kann man den Torp beenden? Schließen den Trauk ab und kehrt und Haube mich zurück Ok Das geht noch nicht weiter Norgere Schauen Sechs Ah so, kann es dann einfach so weggehen oder was? und dann 15 Sekunden und dann bleiben wir es mal hier So, verzeihung, vollgehende Dings geditscht, das heißt mit jeder, jedes Video, das ich aufnehme, ist eh Tag, oder was? Man kann es jetzt auch gar nicht weiter vorgehen, außer halt das Spiel dann zu beenden Aha Aha Haha, gleich Game Over Diggi Geschäfte schließt, 3-3 Spur, okay Ich kann es draußen, den Bus nehmen und nach Hause, oh, ach sooo Ich muss aber noch eine Wäsche färtschen machen Ich muss noch eine Wäsche färtschen machen Okay, das ist cool, automatische Eröffnungen und Schließzeiten, das heißt dort kann ich dann einen Bus nehmen und dann formen wir wieder hin, also eine Minute haben wir noch Haben wir den schon gespielt? Ach, den haben wir schon gespielt Pac-Man Pac-Man hat man schon mal gespielt Alter, das ist ja richtig krass gemacht, ne? Du hast du gleich so kleine Mini-Spiele Ja Ja Ich habe gehört, dass du der Prinzessin ein Buchen wachst Ja, es ist hier Geburtstag Wenn du möchtest, kann ich noch ein bisschen davon hören Kann ich bitte etwas Kuchen haben? Ja, das würdest du schon sehen Ah, Candy Crush, oh was Ah, Candy Crush, oh was Das war euer Vorbeugend Das war euer Vorbeugend Erinnerst du dich noch an die Belohnung, die ich dir gewährt hatte? Du darfst mir teilweise spazieren gehen Keine Sorge, sie folgt dir einfach überall hin Wenn du sie streichelst, zeigt sie dir dein Inventar Großartig, vielen Dank Ich werde dir gut auf sie aufpassen Fotogast, hey, du musst Sterne verdienen, um die Brücke zu reparieren Verdienst sie, indem du die lokale Tiere fütterst Ja, nimm einen roten Stern, yay Es geht gleich los hier Oh, Alter Oh, Alter Äh Ja, nimm einen roten Stern Gut gemacht Sie sieht ja komisch aus Wir brauchen drei Sterne, ne Amt aus 2 Amt aus 2 Achso Ich kann die immer wieder neu füttern Okay, wir müssen erstmal hier sterben Jetzt kann ich das nicht mehr sehen Na ja, da gehen wir nach Hause Na ja, da gehen wir nach Hause Papulus, warte ich nach Hause Ein Arm, wasch da du Drei oder noch Wartungs Ein Arm, ein Arm Okay Das wäre das fütter Oh, yeah So, den Sternmodelten Das hätte ich auch gestern noch machen können Ach, Pali Wie kann denn das sein, dass hier blöd rumliegt, wenn kein Schwein da war? Freunde, wie soll denn das passieren? ... Was ist das이� synagogue? Oh, ne ich muss gedrückt halten oder was vielleicht ist das scheißen mit müll in die waschmaschine die sommerliche müll frisch und damit viel hat er noch 80 minuten mehr ist es nicht noch irgendwo was ist alles gut hier muss ja bald fertig sein, in 20 Sekunden noch wir sehen uns beim nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal